Wir haben uns vergiftet, mental, emotional und spirituell. Wie haben wir das denn geschafft? Wir waren richtig dumm, richtig dumm. Naja. Ja, schon. Also in der Rückschau kann man immer sagen, oh mein Gott. Aber ja, sonst wäre es halt nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich bin mega froh, wie alles gelaufen ist und bereue eigentlich nichts. Also doch, was die Kinder angeht, bereue ich sehr viel. Also nicht, dass wir sie bekommen haben. Das ist das größte Geschenk. Was unsere Kinder alles erleben mussten an Armut, an Krankheit. Transformationsprozessen. Aber das hat sie auch, unsere Kinder sind toll. Ja, sehr. Die tollsten Menschen überhaupt. Ja, schlussendlich hat es sie auch stärker gemacht. Ja, definitiv. Die haben jetzt schon in ihrem Alter einen mega Erfahrungsschatz. Und eine Weisheit. Aber als Eltern ist man natürlich, man versucht immer seine Kinder vor Leid zu schützen. Aber das kann man natürlich nicht. Ja, also wie lief denn das, Jonas? Wie haben wir uns denn vergiftet, mental, emotional und spirituell? Also wir haben in München, wie lange? Fünf Jahre in einer Schimmelwohnung gelebt. Das war eine München-Modellwohnung. Das gab es in München. Vielleicht gibt es wahrscheinlich immer noch. Die haben irgendwann reagiert und gesagt, wir müssen auch bezahlbaren Wohnraum schaffen für normale Menschen, nicht nur für Leute, die sich mega viel Miete leisten können. Oder No-Kids-Double-Income-Menschen, sondern eben auch für Familien. Da sind wir in Neubaureihen, mega geil. Richtig geile Wohnung. Mitten in der Stadt, Max-Vorstadt, Erstbezug. Und haben halt da gemerkt, dass die, obwohl das so high-end war, ganz viel gespart haben beim Bauen. Und da einfach Fehler gemacht haben. Wir hatten einen Wasserschaden, den wir lange nicht bemerkt haben. Das war auch mit Bodenheizung und das Wasser hat sich auch verteilt. Ja, im ganzen Hohlraum. Und ist natürlich die Wände hoch. Und hinter einem Schrank haben wir dann irgendwann festgestellt, alles voller schwarzer Schimmel. Schwarzer Schimmel. Komplett voll. Und du warst damals schon in deinem Ärzte-Marathon. Ja. Und hast auch immer wieder… Ich habe super schnell reagiert auf das Gift. Also körperlich meinst du, aber auch indem du nachgefragt hast. Und da war immer die Antwort, das weiß man nicht. Ah, du meinst, dass ich bei den Ärzten nachgefragt habe, könnte es auch am Schimmelpilz liegen? Genau. Ja, und dann so, ja, das komplizierte Sache kann man nicht beweisen. So, ich wollte keinen Beweis. Ich wollte nur wissen, ob das irgendwie… Ja. Ja, also jetzt… Aber jetzt, viele Jahre später, weiß man schon viel mehr. Ja, und aus Amerika gibt es da ganz, ganz, ganz viel Arbeit, die sich damit beschäftigt hat. Und, aber jetzt ist natürlich die Frage, also für uns ist es unumstritten, dass wir uns körperlich vergiftet haben durch einen Schimmelpilz. Aber wir haben uns dann noch auf den anderen Ebenen vergiftet. Ja. Und das ist vielleicht eben schon vorher passiert, weil um in einer Schimmelwohnung zu bleiben… Wohnen zu bleiben. …braucht es vorher schon Dinge, die schiefgelaufen sind. Weil, wenn man in der Fülle lebt und in Möglichkeiten, in Unendlichen, dann würde man niemals in einer Schimmelwohnung bleiben, weil man denkt, ja, wir haben jetzt voll Glück gehabt, die Wohnung überhaupt zu bekommen und so. Also, in München sowieso schwierig, Wohnungsnotstand und Mangel. Und wie kommt es dazu, dass ich diese Intuition hatte, ah, fuck, das könnte der Schimmel sein, die Ärzte frag, verschiedene Meinungen einhole und dann ihre Meinung über meine Intuition setze. Genau, da braucht es auch schon Voraussetzungen, die ungesund sind, damit das überhaupt passiert, wo wir beim frühkindlichen Trauma landen. Und, aber das Video soll ja auch jetzt auch nicht vier Stunden dauern, gell? Aber wir wollen nur sagen, es gibt so krasse Zusammenhänge zwischen eben Vergiftung auf körperlicher Ebene, das vorher schon was konditioniert worden sein muss, dass man sich dem überhaupt so lange aussetzt. Und aus einer noch höheren Sicht heraus ist wahrscheinlich unser Weg unausweichlich darauf ausgerecht gewesen, in einer Schimmelwohnung zu landen und das zu erleben, weil wir das angezogen haben. Weil wir diese Transformationsprozesse machen wollten. Wir wollten diese Erfahrung machen. Genau, ich denke immer, wenn man über das Thema Psychosomatik spricht, ah, was bedeutet die Krankheit, was möchte dir Neurodermitis mitteilen oder was auch immer. Dann ist es immer so ein bisschen, oder für mich war das lange so, ah, das noch dieses Feinstoffliche und dann hast du noch das Grobstoffliche. Aber dass eigentlich eben dieses Feinstoffliche, diese falschen Konditionierungen, Glaubenssätze, Limitierungen oder überhaupt das Mangeldenken dazu führt, ganz im echten praktischen Leben dann, dass daraus Entscheidungen und Handlungen folgen, die dann dieses Mangeldenken, dieses, ja, dieses Dunkle, dieses Nichtvollkommene, dieses Ganzheitliche, dann tatsächlich da drinnen sich auswirkt. Man könnte jetzt sagen, bei der Schimmelwohnung so, ja, die haben gespart, das war das Bauunternehmen, da wurde Sachen nicht kontrolliert und deswegen ist dieser Wasserschaden passiert. Ja, das stimmt. Aber warum sind wir überhaupt da gelandet? Und warum sind wir aber auch geblieben? Weil ich glaube, das erste Mal, wo wir den Schimmel entdeckt haben, wenn wir bewusst gewesen wären zu diesem Zeitpunkt, dann hätten wir daran geglaubt, dass uns eine schimmelfreie Wohnung in München zusteht, auch wenn der Wohnungsmarkt komplett crazy ist. Genau, entweder das, oder wir hätten dem Vermieter gesagt, das muss in einem Monat behoben sein, sonst sind wir raus und egal, was passiert. Weil das Ding ist ja, dass wir uns immer haben vertrösten lassen, immer, ah ja, da kommt dann jemand schauen, dann kamen andauernd Besichtigungen andauernd und dann wieder mit Anwalten zu. Und dann mussten wir uns einen Anwalt holen und das hat sich über, solche Sachen können sich über Jahre ziehen und wir haben einfach mitgemacht. Wir haben mitgemacht. Immer gekuscht, immer so, ah ja, ja, das ist gut, dann warten wir auf diesen Termin, bis wir uns einen Anwalt geholt haben. Ja, wir haben sogar mit dem Vermieter noch gebetet. Ich weiß noch einen Moment, da war der Vermieter da mit seiner Frau und da stellte sich dann später heraus, der hat uns komplett verarscht, der ist dann gerichtlich sogar noch gegen uns vorgegangen. Und wir waren im Wohnzimmer, wir haben ihm gesagt, komm, wir beten zusammen und stellen den ganzen Prozess einfach unter Gottes Schutz und ja, wollen auch energetisch, dass das irgendwie gut kommt. Der hat noch mit uns zusammen gebetet. Halbes Jahr später hat seine Frau die Scheidung angereicht bei ihm, wussten wir dann auch später, warum. Für ihn lief das nicht so gut, er hat auch seine Arbeitsstelle verloren. Er hat alles verloren, ja. Aber er hat seine eigenen Prozesse durch unsere Schimmelwohnung erlebt. Ja, aber es war einfach so eine verlogene Geschichte auf seiner Seite. Auf jeden Fall war es so, dass wir, da war er wieder mit seinem Anwalt da und das war auch so krass, weil ich hatte oft Panik und Angstattacken, weil so viele Menschen immer in der Wohnung waren und ich war schon so krank und die stampfen dann rein mit ihren Arbeitsschuhen und dann hat mich sein Anwalt zur Seite genommen und gesagt, holen Sie sich einen Anwalt. Und der wusste damals schon, dass der Vermieter uns verklagen möchte, was unlogisch war, weil man hat gesehen, dass es nicht unser Fehler war. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, dass eben der Vermieter nicht nur ein normaler Vermieter war, sondern der war angestellt in der Firma, die die ganzen Häuser gebaut haben und durfte sich auch eine Wohnung. Also es ist scheinbar nicht unüblich, dass Menschen in Führungspositionen von diesen Baufirmen sich auch eine Wohnung holen quasi und da dann partizipieren. Deswegen ist es für ihn auch so schlecht gelaufen, also neben der Scheidung hat er auch seine Arbeitsstelle verloren, weil er natürlich im mega krassen Konflikt war wegen dieser Wohnung, der musste dann quasi einen Schritt weiter gehen und seinen Arbeitgeber mit reinholen in diesen Gerichtsprozess und das lief dann halt nicht gut für ihn. Für uns, wir kamen auch mit einem blauen Auge davon, aber das sind da so Tricks und so, die die da anwenden. Wir haben den Fall gewonnen, aber bei der Urteilsverkündung, wo verkündet wurde, dass wir den Fall gewonnen haben und so und so viel Schadenersatz auch kriegen, kam dann die Anwältin mit einer fetten Rechnung, weil nämlich wegen Mängel bei der Wohnungsübergabe, also so, da kann man eigentlich, da geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren bei sowas, aber außer natürlich die Erfahrung, die man mitnimmt. Aber jetzt habe ich dir reingeredet, wo warst du gerade drin? Keine Ahnung. Ich wollte nur kurz diese Verstrickung zeigen. Ja, das war echt, das war eine riesen Verstrickung. Ne, was ich erzählt habe, ist eben, dass der Anwalt mir zugeflüstert hat und ich meine, das ist mega krass, weil das wäre ja sein Job, dass wir ins Messer laufen und der hat es uns gesteckt und dann, ja, war dieses Ganze, das war halt so unsicher und ich habe eigentlich eine Retraumatisierung erlebt von meiner Kindheit, dass ich wieder in einer Wohnung bin, in der ich nicht sicher bin, in denen Leute reinkommen. Ja, ich hatte auch, ich hatte Terroranrufe von diesem Vermieter, ich habe zum Teil, bin ich dann weinend zusammengebrochen und das war einfach nochmal etwas, was ich in meiner Kindheit schon erlebt hatte und nicht auflösen konnte, weil Kind hat sich im Erwachsenenalter nochmal gezeigt, um mir die Chance zu geben, dass ich es anders machen kann. Und im ersten, in der Retraumatisierung selbst, konnte ich es nicht anders machen, weil ich habe es einfach nochmal so erlebt und dann aber später in der Selbstheilungsphase, in der Selbstermächtigung, in dem wieder zu mir werden, zurück zu meinem inneren Kern zu kommen, die starke Frau zu sein, die ich eigentlich bin, da konnte ich das dann alles auflösen. Aber es ist schon krass, dass Krankheit oder so etwas, was uns passiert ist, so Schicksale, einfach nochmal etwas wiederholen, in der Chance darin, dass auf dem Heilungsweg man das wieder auflösen kann und Körper, Geist und Seele das für sich neu auflösen können und heilen können. Ja, und so ist es ja bei allen Geschichten und Schimmel ist halt so ein krasses Beispiel, weil der Schimmel sich wie manifestiert im Leben, sichtbar, aber auch mit ganz vielen unsichtbaren Anteilen, da kommen wir ja noch in der Schimmelserie drauf zurück, aber das ist eben so krass, Pilze sind ja so intelligente Wesen, weder Mensch noch Tier, was anderes. Ein Alien. Und das ist eben dieser Schimmel, ich kann es gar nicht so richtig erklären, auf so einer geistigen Ebene irgendwas ist, was sich materialisiert und zeigt im Leben. Und wenn man eben da diesen Prozess dann nicht geht, er einem verfolgt. Dann frisst er auch. Der frisst dich auch. Ja, der verfolgt dich. Man würde immer wieder in die Schimmelresonanz kommen, das heißt man würde umziehen und wieder in eine Schimmelwohnung gehen. Ah, warte, unsere Geschichte. Ja, sehr spannend. Also vielleicht erkennst du dich ja ein Stück weit wieder, das muss ja nicht so extrem sein mit Gerichtsprozess und so weiter, aber wenn der Schimmel in deinem Leben zum Vorschein kommt, ist das ein Hinweis darauf, dass du was tun kannst, dass du dich aus irgendwas raus manövrieren darfst, und dass du vielleicht mental, spirituell auf Mangel programmiert bist. Ja, genau. Weil Schimmel ist die Mangelerkrankheit. Schimmel entsteht da, wo gespart wurde. Genau. Wo sparst du? Genau, die gute Nachricht ist, du kannst aus diesem Mangel raus in die Fülle kommen und der Schimmel ist ja eigentlich nur dazu da, dir das aufzuzeigen. Ja. Nur in Anführungszeichen, weil er, ohne dass ich jetzt da ein, wie sagt man, ein Gesetz draus machen will, es kann ganz schön viel dich kosten, den Schimmel loszuwerden. Also ich meine jetzt nicht Geld, ich meine, ja, Kraft, Konditionierung rauszukommen und den Mangel hinter sich zu lassen. Und lustigerweise ist ja, Mangel hinter sich lassen sich auch von Dingen trennen. Weil der Schimmel kann so viel beanspruchen von deinem Hab und Gut, was du loslassen darfst. Ja, guter Punkt. Dass du dadurch in die Fülle kommst, dass du Konsum weiter loslässt. Ich möchte das auch noch erklären. Der Schimmelpilz, der furzt quasi Sporen aus, die sich dann anhaften überall in der Wohnung an Textilien, an Möbeln und so weiter. Und der besetzt quasi diese Möbel und wie bei den Sprossensamen, sobald Feuchtigkeit kommt, dann rastet, also wird er aktiviert und rastet wieder aus und kann sich alles nehmen. Und nur schon auf die Schimmelsporen reagieren wir Menschen nicht gut, viele hochallergisch. Und aber auf den Schimmel selber und die Toxine, die er ausschüttet, das ist einfach ein Nervengift, das ist hochgiftig. Und ist nachweislich für Krebserkrankungen verantwortlich, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Und das ist halt das, das breitet sich aus. Das heißt, man muss die Ursache finden, man muss den entfernen. Und das gilt nicht für die Grobstofflichkeit, das gilt auch für die Feinstofflichkeit. Und deswegen haben wir den Titel auch genannt, körperlich, mental und spirituell. Weil wir haben gemerkt, das reicht nicht aus einer Schimmelwohnung auszuziehen. Es bedeutet sogar, dass wir alle Möbel hinter uns lassen müssen, die Textilien und mental erforschen dürfen. Welchen Glaubenssätzen sind wir verfallen, dass wir immer noch so im Mangel leben? Machen wir immer noch Entscheidungen aus Mangel heraus? Genau. Darf man sich immer bei jeder Entscheidung wieder neu fragen? Genau, weil wir sind konditioniert hier in dieser Matrix. Also unser erster Impuls ist eher der Mangelimpuls. Also bei mir ist es noch so. Das heißt, ich darf immer meine Gedanken ins Bewusstsein bringen, ins höhere Bewusstsein und mich mit dem göttlichen Unendlichen verbinden, weil da ist Fülle vorherrschend. Und deswegen ist es immer, wenn es um uns Menschen geht, ist es nie nur grobstofflich. Es ist immer mental, emotional und spirituell. Weil schlussendlich kann man sich schon einreden, ja, nee, ich habe die Fülle verdient. Ja, ja, ich habe die Fülle verdient. Oh, ich denke jetzt ganz positiv, ganz positiv. Ja, okay. Aber ich brauche ja dieses Vertrauen, diese Anbindung an das Göttliche, an das Unendliche, dass überhaupt da diese Ressource fließt. Wie geht es dir damit? Ja, also eben. Das ist auch wieder so ein faszinierendes Ding beim Schimmel. Dass man den, und wir haben ja ein anderes Video gemacht, wie wir aus Mangel rausgekommen sind, erst mal durch Gedanken und Programmierung. Aber das reicht beim Schimmel wahrscheinlich nicht. Also wir sind schon auf einer Ebene, wo wir den Schimmel mit reiner Gedankenkraft wegbringen können. Aber der Schimmel ist eigentlich dazu da, dass wir Schritte gehen. Der zeigt uns auf, dass wir Schritte gehen dürfen raus, eben aus dem Mangel in die Fülle. Ja, und aus der Toxizität, dass manchmal das Ding sterben dürfen, dass wir loslassen dürfen. Ja, das Loslassen. Und dann ist dieser Übergang zwischen, man lässt los, wie wenn man auch toxische Menschen in seinem Leben hinter sich lässt. Und dann hat man sie nicht, man ist vielleicht für einen Moment einsam. Oder man hat für einen Moment, wir hatten keine Bette und haben jetzt auf dem Boden geschlafen oder auf dem Kartonbett. Und ja, dann ist das so. Und dann darf dieses Vakuum hier ausgehalten werden. Und dann geht eben, und da geht es für mich wieder in das Spirituelle, weil das auszuhalten geht für mich persönlich. Vielleicht ist es für dich anders. Nur, weil ich im Gebet und in der Verbindung von dem Göttlichen bin und weiß, wenn ich die Natur anschaue, da ist alles im Überfluss und alles ist zyklisch. Die Bäume lassen die Blätter los und er ist nackt, der Baum ist nackt und er geht so über den Winter. Aber er weiß, dass der Sommer wieder kommt, dass der Frühling kommt, dass die Früchte kommen, dass die Ernte kommt. Und da darauf vertrauen, das ist für mich schon so ein sehr, sehr spirituelles Erlebnis gewesen jetzt die letzten Jahre. Und es ist ja auch richtig krass, was wir erlebt haben, so wie wir ja jetzt leben, dass wir in einem wunderschönen Haus leben dürfen. Das ist ja pures Wunder. Ja, und wo wir auch eben durch Prozesse, die auch immer mal alle mit Schimmel quasi zu tun hatten, vordergründig, überhaupt in dieses Bewusstsein gekommen sind und überhaupt uns gegönnt oder zugetraut haben, in dieses Haus einzuziehen, weil das schon mich selber fast zerrissen hat. Da können wir eigentlich mal noch ein eigenes Video mal haben, weil wir das schon mal gemacht haben. Da kann man mal ein eigenes Video dazu machen, was es überhaupt bedeutet, in die Fülle zu kommen, dass es gar nicht so easy ist und mich immer wieder vor krasse Herausforderungen gestellt hat. Ja, weil es ist auch wieder ein Sterbeprozess. Ja, weil der Mangel ist für mich viel mehr Heimat als die Fülle. Ja, für mich auch. Ja, das zu dem Thema, wie wir uns auf diesen allen Ebenen vergiftet haben und wie das mit Schimmelpilz zu tun hat. Das ist ja Teil einer ganzen Serie zu Schimmelpilz, weil da gibt es so viel Wissen, was schon da ist, so viel, womit du in Resonanz gehen kannst oder nicht, was den Schimmel betrifft. Mega interessant, mega spannend und eben so mysteriös. Ich finde es mega interessant, dass es das auf der Welt gibt. Mega faszinierendes Wesen, was einen besetzen kann. Ja, und was man als Bedrohung wahrnehmen kann, aber es ist genau gleich, alles hat zwei Seiten. Sachen, die dich bedrohen, können dich in die Freiheit führen. Und so war es bei uns mit dem Schimmel. Definitiv, ja. Die eine Wissenschaftlerin, die hat geschrieben, dass die Familien, die sie begleitet, raus aus der Schimmelkrankheit, oft sagen, es war das Beste, was ihnen passieren konnte, weil sie sind jetzt gesünder als je gewesen wären, hätten sie diesen Schimmelbefall nicht erlebt. Weil die Chance im Bewusstsein so zu wachsen, das ist so eine Transformationskraft, also der Schimmel an sich verstoffwechselt, ja. Also es ist eine Riesenchance, nicht, dass ich jetzt sage, hey, zieht in die Schimmelwohnung, vergiftet euch absichtlich. Nein. Nein, nein, also eben, das passiert ja nur den Menschen, die das nötig haben. Ja, ich würde mal sagen, die langsamen Lerner, oder? Wir sind schon die langsamen Lerner. Bei uns muss es schon richtig wehtun, oder? Genau. Also schön an die Substanz. Mal von innen heraus aufgefressen und vergiftet werden. Ja, das Gute ist ja, also ich habe zum Beispiel dich, wenn ich da in diesem Schmerz quasi reinkomme und du hilfst mir dann noch drüber zu kommen. Und wenn es jemanden gibt, der eben auch jetzt in dieser Situation ist und denkt, oh shit, das bin ja ich, von dem ihr sprecht. Ich bin in einer Schimmelwohnung und auch schon die Wohnung davor und vielleicht schon da, wo ich aufgewachsen bin. Wie soll ich denn jetzt machen? Also eben, wir haben die ganze Serie hier, die dir helfen kann. Natürlich ist es immer individuell, die Geschichte, aber es gibt schon so ein paar Muster, die man erkennen kann und die man sich mal rantasten kann. Also es gibt sowieso Lösungen und die können einen herausfordern, aber wenn man das Ziel vor Augen hat und das Ziel ist zum Beispiel die Selbstheilung oder die Fülle, das Leben zu leben, wo man merkt in sich drin, dass es für einen vorbestimmt ist, dann wird man das auch erreichen. Ja, du schaffst das. Gut, dann würde ich sagen, bleib nett zueinander und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.